Das Lebensfreude Magazin. Hallo und herzlich willkommen. Ich wünsche dir pure Lebensfreude und begrüße dich ganz, ganz herzlich. Von A wie Achtsamkeit bis Z zur Zukunft erfährst du hier alles. Und heute habe ich so eine echte Powerfrau an meiner Seite. Liebe Claudia Kaiser, ich begrüße dich aus ganzem Herzen. Auf unser Gespräch habe ich mich so sehr gefreut. Danke, dass du Zeit hast und dass du mein Interviewpartner bist. Liebe Anja, ich freue mich auch sehr, sehr hier zu sein und dass wir uns, es ist jetzt doch eine Weile hier, zumindest virtuell auf diese Weise wiedersehen. Das ist so schön. Ja, ein halbes Jahr ist es schon her, dass wir uns gesehen haben. Ich habe mich aus ganzem Herzen gefreut. Wir haben so eine schöne Fortbildung gemacht, wir beide. Und ja, die Gespräche mit dir, die haben mir persönlich emotional so viel gegeben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich habe mich so auf dich gefreut. Und du strahlst immer so. Ich weiß, was du in den letzten Wochen alles erleben musstest. Und ja, und jetzt gestern die Nachrichten wieder mit dem Krieg in Europa. Also irgendwie hört das gar nicht auf. Und trotzdem strahlst du immer die Lebensfreude. Wo nimmst du deinen Mut her? Ja, wir leben wirklich in sehr turbulenten Zeiten. Und meines Erachtens wird das auch noch eine Weile so weitergehen. Wir haben nicht nur Corona. Wir haben, gut, ich persönlich hier in dem Umfeld in Bad Neuenahr, wo ich inzwischen zu Hause bin, natürlich auch die Flutkatastrophe erlebt vor jetzt etwas über sieben Monaten. Und jetzt die Nachrichten gestern haben uns, glaube ich, alle ein Stück weit fassungslos zurückgelassen. Und man fragt sich sehr schnell so, was kann ich denn als Einzelner schon tun? Ja, was bleibt mir übrig vor dem Hintergrund einer solchen Situation? Was kann ich da machen als Einzelner im Kleinen? Kann ich ja überhaupt irgendwas ausrichten? Und ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage, die wir uns da stellen. Denn ich glaube schon, dass jeder für sich etwas tun kann. Und wie es in den hermetischen Gesetzen so schön heißt, wie im Großen so im Kleinen, wie im Innen so im Außen. Und jeder, der bei sich anfängt, für sich zu schauen, wo bin ich vielleicht noch im Unfrieden? Und wo kann ich innerlich heilen? Was kann ich mir anschauen? Wem kann ich vergeben? Wo kann ich im Innen das werden, was ich gerne im Außen sehen möchte? Und wenn das jeder tut, jeder Einzelne für sich und auch in einer positiven Energie zu bleiben, nicht in dieses kollektive Angstgefühl, in diese Verzweiflung, Wut, Trauer zu verfallen, das natürlich kurzfristig zu empfinden, ja, aber nicht darin zu verharren, sondern sich bewusst zu entscheiden für, ja, für andere Gefühle in einem hochfrequenten Bereich, ja, für Liebe zu entscheiden und statt Mitleid für Mitgefühl zu entscheiden. Ich glaube, dass wir damit ganz viel verändern können und dass wir dann im Außen auch sehen, was wir im Innen werden. Und ja, ich glaube, wenn jeder das für sich tut, jeder im Kleinen, jeder im Einzelnen, zusammen sind wir viele. Und du sagst das so wunderschön und du selber hast es ja gemerkt, als diese katastrophale Flutkatastrophe deine Stadt und die Städte drumherum betroffen hat, da waren ja die Menschen da, da hat jeder Kleine auf seine Art und Weise geholfen. Und wenn diese Liebe jetzt in diesem katastrophalen, grausamen Krieg so wäre, dann hätten wir den gar nicht. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass jeder wirklich an sich arbeitet. Absolut. Hinzu kommt, denke ich, das ist aber, glaube ich, etwas fortgeschritten und vielen fällt das, glaube ich, in dem Moment, wo sie mit so etwas konfrontiert sind, natürlich extrem schwer, das zu glauben oder sich das vorzustellen überhaupt, das meines Erachtens liegt in allem, egal wie schrecklich, was auch immer geschieht und passiert, immer irgendwo auch ein Geschenk. Und das sehen wir nicht zu dem Zeitpunkt meistens, das sehen wir meistens erst viel später, sind wir in der Lage, das zu erkennen, was dadurch auch Positives geschehen durfte. Und wenn es nur ist, dass wir persönlich reifen durften oder dass wir uns weiterentwickelt haben, dass wir neue Dinge erkannt haben. Und in der Flutkatastrophe, natürlich, es ist sehr, sehr viel Schlimmes passiert. Es sind sehr viele Menschen umgekommen. Viele haben ihr Hab und Gut verloren, ihr Zuhause verloren. Und dennoch haben wir hier im Ahrtal auch sehr viel Positives erlebt. Ja, also wir haben einen Zusammenhalt erlebt. Wir haben eine Menschlichkeit erlebt. Wir haben auch aus ganz Deutschland eine Hilfsbereitschaft erlebt, die, glaube ich, seinesgleichen sucht. Ja, und diese, seinen Blick auf diese positiven Dinge zu richten, auf die, ja, ich sag mal Geschenke, die wirklich in allem irgendwo zu finden sind, das ist, glaube ich, die Kunst. Ja. Absolut. Also, aber dafür muss man auch wirklich bereit sein und das Wollen und auch achtsam mit sich selber umgehen. Ja. Und nicht immer nur im Außen gucken, sondern nach innen. Und dafür bist du quasi angetreten, das ist deine Berufung, dass du genau diesen Menschen hilfst. Wie machst du das? Wie mache ich das? Ja, also du hast recht, das ist, es ist der Weg, den ich für mich gefunden habe. Das ist der Weg. Ich würde es auch wirklich als meine Berufung beschreiben, in dem, was ich heute mache oder was ich tue, dass mich das wirklich aus tiefstem Herzen erfüllt und glücklich macht. Ich bin Psychologin von der Ausbildung her. Ich bin einen ganz anderen Weg sehr lange erst mal gegangen. Bin in die Wirtschaft gegangen, habe lange in der Personalberatung, im Bereich Management Audit, im Recruiting gearbeitet. Bin, war dann lange bei einem Finanzinvestor und habe dort europaweit das Netzwerk an Aufsichtsräten, Beiräten, Top-Level-Managern für die Portfolio-Unternehmen weiterentwickelt und geleitet. Habe den Investmentprozess sozusagen von der People-Seite her begleitet. Also kenne auch die Business-Sicht sehr gut. War dann einige Jahre mit im Unternehmen meines Mannes tätig, viel im internationalen Vertrieb auch und kenne also insofern die Business-Welt oder die Business-Seite sehr gut. Für mich stand aber immer eigentlich der Mensch im Vordergrund und das, was ich jetzt heute mache, nach auch einigen Weiterbildungen, noch zusätzlich Ausbildungen, insbesondere auch im Bereich Hypnose-Therapie, weil mich das immer sehr fasziniert hat, aber auch für diverse Coaching-Ausbildungen bin ich jetzt hier angetreten und ja, unterstütze Menschen dabei. Also meine, mein Motto ist quasi Potenzialentfaltung und Transformation und begleite Menschen dabei wirklich in allen Lebensbereichen ihr volles Potenzial zu entfalten, in ihre Größe zu kommen. Das sowohl beruflich, privat als auch gesundheitlich und das ist etwas, was mir wirklich sehr viel Freude macht und mich sehr erfüllt. Das glaube ich, weil das sehe ich dir an, dass wenn ich dich als Speaker auf der Bühne reden höre, dann fühle ich das, dass du das mit Herzblut machst, mit Leidenschaft und das finde ich einfach nur klasse. Und ja, man merkt dir an, dass du die Menschen bei dir brauchst, dass es dir gut tut, wenn du diese kleine Entwicklung siehst. Wie ich eben sagte, ich glaube, Entwicklung fängt immer nur bei uns selber an und was wir im Außen geändert sehen wollen, das müssen wir in uns ändern. Und es ist die erste Verantwortung, die jeder Mensch hat, ist die Verantwortung für sich selber und diese Verantwortung völlig zu übernehmen. Also den meisten fällt es wahrscheinlich relativ leicht zu sagen, ich bin verantwortlich für meine Entscheidungen, ich bin vielleicht auch noch verantwortlich, ich bin verantwortlich für meine Handlungen, aber auch die Entscheidung, die Verantwortung wirklich für seine Gefühle und für seine Gedanken zu übernehmen, das fällt vielen sehr schwer. Und es ist fasziniert, es ist toll, wir können entscheiden, wir haben die Wahl, wer wir sein wollen. Und wir haben auch die Wahl, in welcher emotionalen Frequenz wir uns bewegen wollen. Ja, und die, wir sind wie große Sendestationen, wie Sendemasten. Ja, und die Frequenz, auf der wir senden, ist die Frequenz, auf der wir empfangen am Ende des Tages. Und das hat wahrscheinlich jeder für sich schon mal im Kleinen irgendwie erlebt. Ja, und dieses Unterbewusstsein ist, das Unbewusste ist so stark. Wenn wir Menschen erleben und sehen, dann denken wir erst mal, oder unser Verstand glaubt, das, was wir wahrnehmen und das, was wir empfinden, wenn wir Menschen erleben, ist vor allen Dingen das, was sie sagen. Also vielleicht das besprochene Wort ist unglaublich wichtig, ist es natürlich. Aber im Vergleich von dem, was wir empfinden, ist die Mimik und die Gestik ist zum Beispiel schon noch wichtiger im Gesamteindruck. Aber am allerwichtigsten, bei weitem größten Anteil ist die Energie, in der jemand ist. Und das ist das, was wir unbewusst wahrnehmen. Und so können wir auch wahrnehmen, in welcher Energie ein Mensch ist, mit dem wir nur telefonieren, den wir gar nicht sehen, beispielsweise. Also jeder kennt das zum Beispiel, dass du ans Telefon gehst und die erste Frage ist, was ist los? Obwohl jemand noch gar nichts gesagt hat. Wir spüren das. Das ist unser unbewusstes Empfinden für diese Energiefrequenz, die jemand aussendet. Und da ist unsere Wahrnehmung leider selten bewusst. Ich arbeite seit 2004 als Coach und nur telefonisch. Also ich habe meine Kunden gar nicht in der Praxis. Und für mich ist wirklich die Stimme so ausschlaggebend. Und ich habe immer das Gefühl, ich hatte am Anfang eine Praxis, aber ich habe so für mich diese Erfahrung gemacht, dass die Kunden, die Ratsuchenden ja versucht haben, sich zu benehmen, ordentlich zu sitzen, nicht zu weinen. Und am Telefon, ich sage immer, wenn die im Schlauerzug auf ihrem Sofa sitzen, dann sind die viel ehrlicher, viel offener. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ich viel besser arbeiten kann, wenn ich nur die Stimme habe. Ja, also du arbeitest auch nicht über Zoom, auch nicht mit Bild, sondern nur wirklich telefonisch. Genau. Wenn es gewünscht ist, natürlich, dann mache ich das. Aber ich sage mal 99 Prozent wirklich telefonisch. Und es ist spannend. Also ich glaube auch, das funktioniert wunderbar. Jeder hat natürlich so ein bisschen seine Präferenzen. Ich bin auch nicht zuletzt Corona geschuldet dazu übergegangen, deutlich mehr online zu arbeiten, wobei ich meistens nicht telefonisch, sondern wirklich den Zoom-Weg wähle, einfach weil ich auch einiges visualisieren muss oder visualisiere, wenn ich systemisch arbeite, unterwegs bin, wofür man einfach einen Bildschirm braucht, dann ohne den Bildschirm teilen zu können. Aber das geht telefonisch auch wunderbar. Obgleich meine Präferenz wahrscheinlich immer das offline bleiben wird, weil ich einfach die Energie, jemanden wirklich in Persona vor mir zu haben. Ganz klar, gerade wenn du mit Hypnose arbeitest, das geht natürlich auch nicht telefonisch oder per Zoom. Doch, das geht teilweise auch. Okay, aber es ist schöner, wenn derjenige bei dir ist, oder? Natürlich. Und manche Dinge, also große Hypnosen, ganzheitliche in tieferer Trance, die würde ich wirklich letztendlich nur offline machen und nicht online. Aber man kann auch online sehr viel machen. Wie läuft so eine Sitzung bei dir ab? Kommen die Leute zum Coaching und du gehst mit ihnen dann in die Hypnose oder sind die erst neugierig für die Hypnose und öffnen sich dann fürs Coaching? Das ist in der Tat ganz unterschiedlich, Anja. Es gibt Personen, die ganz konkret nach Hypnose, Therapie suchen und mich darüber finden und zu mir kommen, die entweder immer schon neugierig waren, die so etwas immer gereizt hat, das einmal zu machen oder die sich viel damit auseinandergesetzt und beschäftigt haben und denen mein Ansatz einfach sehr gut gefällt und dann mit einem ganz konkreten Thema kommen. Häufig sind das auch gesundheitliche Themen sogar. Und dann gibt es mein klassisches oder mein Coaching-Programm, das letztendlich ich jetzt nicht unter Hypnose, Therapie zusammenfassen würde, sondern ich würde sagen, ich arbeite mit verschiedenen Tools. Hypnose ist eins davon, genauso wie ich immer systemisch arbeite und in der Regel Hypnose für mich auch im größeren Coaching-Programm immer zum Einsatz kommt, aber einfach als Tool, weil ich es so effektiv finde, weil ich es so toll finde, weil man damit so schnell Dinge erreichen kann, zu Ergebnissen kommt, die auf anderem Wege einfach viel schwieriger sind zu erreichen. Absolut. So habe ich Hypnose kennengelernt und ich finde auch, dass manchen Menschen Ängste und Verletzungen gar nicht bewusst sind, wo der Ursprung herkommt. Richtig. Und da ist das natürlich mit Hypnose dann einzusteigen und zu gucken, wo ist denn der Ursprung? Ein ganz tolles Werkzeug. Ja, es ist auch so, damit kann jetzt nicht jeder per se etwas anfangen. Viele sind aber dann überrascht. Also wenn man es selber erlebt hat in der Hypnose, der Ursprung oder die Ursache für etwas, was es gilt dann aufzulösen, muss ja auch nicht zwangsläufig aus diesem Leben stammen mehr. Genau. Sehr häufig kommt man einfach auch woanders hin. Aber es ist eine ganz klasse Arbeit. Also ich finde das super toll. Ich finde diese Arbeit auch für Kinder toll, die noch gar nicht sagen können, was sie wirklich belastet. Aber siehst du auch mit Kindern oder nur mit Erwachsenen? Das ist eine schöne Frage, weil ich habe in der Vergangenheit eigentlich nie mit Kindern gearbeitet und habe jetzt im Rahmen, also ich habe nach der Flutkatastrophe angefangen, sofort ehrenamtlich sozusagen traumatisierte der Flut hier kostenlos zu behandeln und sie zu begleiten und mich um sie zu kümmern und habe das dann auch eine ganze Weile mit einer internationalen Hilfsorganisation gemeinsam machen dürfen. Und in dem Zusammenhang der Flut gab es natürlich auch oder gibt es nach wie vor viele Kinder, die auch traumatisiert sind. Das äußert sich auf unterschiedlichste Art und Weise. Also es gibt Kinder, die nach der Flut nicht mehr in der Schule in die Pause gehen wollten, weil es in der Pause zu laut war und sie durch die Geräuschkulisse einfach an die Flutnacht erinnert wurden. Es gibt Kinder, die nicht mehr duschen wollten danach. Es gibt Kinder, die wieder einnässen. Es gibt Kinder, die nicht mehr alleine durch den dunklen Flur gehen können. Es gibt Kinder, die nicht mehr alleine schlafen können und wollen. Also ganz, ganz viele, ja, einfach, ja, Traumatisierungen. Schreckliche Dinge. Hier auch die Kinder natürlich. Und in der Regel ist es dann so auch noch obendrein, dass die Kinder, die traumatisiert sind, das sind die Eltern das eben auch noch. Ja, und das macht das Ganze ja nochmal schwieriger. Weil du wie im Hamsterrad sitzt und gar nicht rauskommst. Und ich habe da also jetzt erstmalig auch wirklich mit Kindern viel gearbeitet, auch mit einem Ansatz, also wirklich so ein Stück weit so Fantasiereisen zu machen. Und Kinder haben ja noch eine ganz andere bildliche Vorstellungskraft, ein bildliches Vorstellungsvermögen. Also die sind zack in Trance und sind in ihrer Bildetwelt. Und können das also unheimlich toll, dem unheimlich toll folgen und das umsetzen. Und das ist unglaublich schön zu sehen, ja. Und dann auch das Feedback zu bekommen von den Eltern, wie sehr auch so eine Sitzung schon etwas verändern kann. Ja, oder ich habe viele Kinder mit ihnen in dieser Fantasiereise eine Lichtkugel bauen lassen, die ihnen immer zur Verfügung steht, in der sie beschützt sind, in der sie entscheiden, wer da rein darf, wer nicht. Sie können sie in der Farbe verändern, in der Größe, sodass sie sich darin wohlfühlen. Und habe dann also auch Feedback bekommen, unter anderem eine Mutter, die mich zwei Tage nachdem der kleine Sohn bei mir war, mir erzählte. Der wollte nie mehr alleine durch den Hausflug gehen, da war auch noch kein Strom, das war dunkel. Und sie sagte mir, sie hätte zu ihrem Sohn gesagt, ja, willst du nicht Taschenlampe mitnehmen? Und er hätte dann gesagt, nee, Mama, die brauche ich nicht, ich habe doch jetzt meine Lichtkugel. Und das sind natürlich dann so Momente, da geht einem das Herz auf, oder? Ja, ach, wie schön. Ach, wie schön. Nee, das ist ein Traum. Also deswegen, ich finde deine Arbeit so wertschätzend, so klasse, wenn man damit so wahnsinnig viel bewegen kann. Ja, das ist so. Liebe Claudia, sag, wie wir dich erreichen können. Wo bist du verfügbar, dass die Menschen deine Arbeit in Anspruch nehmen können? Also ich bin erreichbar, natürlich telefonisch, ganz klar. Ich habe zwei Webseiten. Ich habe einmal die www.coaching-kaiser.com und die www.claudiakaiser.com. Das eine ist etwas stärker in die hypnose-therapeutische Richtung, das andere etwas stärker in die Coaching-Richtung. Die sind momentan auch ein bisschen miteinander verlinkt. Es wird irgendwann eine Trennung dieser beiden Seiten erfolgen, wenn noch andere Themen hinzukommen, an denen ich momentan arbeite. Ich bin, ja, also darüber bin ich erreichbar über das Kontaktformular, aber auch telefonisch, da ist meine Rufnummer. Und zu finden bin ich auch auf Social Media. Ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Instagram und auf Facebook zu finden. Immer unter deinem Namen, Claudia Kaiser? Ja, du kannst das ja vielleicht verlinken hier unter denen. Dann haben wir die Informationen für alle hier drunter, genau. Liebe Claudia, tausend Dank für das schöne Interview. Ich habe mich so gefreut und es war so wertschätzend, was du gesagt hast. Ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute, viel Glück und von Herzen pure Lebensfreude. Ich danke dir, liebe Anja, hat mich auch sehr gefreut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.